das läuft hier eh nicht Minecraft ohne Minen ohne Farmen das was für Minikraft weiß doch nicht umsonst Minikraft oder Minecraft oder Minikraft oder Minecraft oder dein Kraft äh ich nur jetzt direkt zu euch mit nein du Monk gut nur Platz jetzt kommt es Lava und nicht aber fast der Kuh hoch nicht für das was da unten ist das gute daran dass Lava geht jetzt wieder ganz normal weg so so nochmal weg schneller ja nicht schneller aber es geht halt komplett weg guck ich glaub zur ich glaub zur Beta Zeit ist es ja nicht weggegangen da hat sich das immer einen neuen unendlichen Fluss gebildet und ja dann warst du vielleicht äh du musst du ganze Zeit Blöcke da drauf bauen so sieht so aus dann warst du mich vielleicht was dann erinnern wo du das gemacht hast ähm jo und wieder hoch oder runter was auch immer hier hab's nämlich nix ok ok da waren wir da waren wir da waren wir da waren wir auch na das war's glaub ich schon fast oder was ist da drinnen hier ist nochmal Kohle und lexbikes gab's beides kostenlos bei ok ip ip ne bei rolle da war nicht gut so brauchen wir Brot chill out weißt du ich komm jetzt erst mal nach Hause guck sagt er ja ich bin ja nun direkt um die Ecke alter passt mit dem Auto aber auf mach nicht so viel krach ich weiß nicht wie ich hab gefuckt laut das ist ich hab ja ich hab ja ich hab ja auch die Bahn ich hab ja auch die Bahn so ähm Eisen äh zeig ich mal deinen Stand der Dinge von den Werkzeugen ok Spitzkacke ist noch ganz weißt du was ich dir gebe also warum machst du das sonst ständig zum Ding ins das ist schon kacke im Kopf wir wollen doch damit bauen wir wollen doch damit bauen bist du wie Schoja hol ich jetzt welches ich fürs bauen dann kommen wir ja noch mal in den Eisendachst hast du die da erstmal verbrauchen ja warte doch du kriegst trotzdem schon mal Hände ja hast du genommen wenn du die ganze Zeit springst ne kriegst du die auch nicht okay ich weiß dass es jetzt geht ja auch zu mir das wär's das wär's das wär's das wär's einfach nur wenn das Ding jetzt auch noch mal zu mir kommen wird dann wäre das der Beweis dass das Teil nicht nicht leiden kann das ist nämlich keine ok ok sieht bei mir auch noch gut aus ok Steinschwert also Blackspike oh Gott ist mich das an was wir ganz hinten auch gut weißt du was du jetzt machst ja 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 gut dass du es so hast äh die Felder die hier in der Nähe sind ne ja die kannst du wieder beschmücken mit Fressalien und kannst hier auch ein Feld wieder reparieren das andere hast du kaputt gemacht ähm was soll ich denn mehr anbauen das das wir wenig haben oder das das wir viel haben ähm Karotten und Kartoffeln ich würd sagen dass du erstmal nur Kartoffeln nimmst schnell weil das kann man kochen naja Ofenbett auch wenn ne ja du hast ne merkwürdige Inventarkonstellation du schmeißt einfach alles ins Inventar rein was ich brauch yo ist doch gut ich mach das hier so so wie das ein echter Mini-Kraft-Profi macht tja zockst doch genauso viel Mini-Kraft aber auf der Xbox äh hier auf der Xbox es sind fast eine Kartoffeln fehlt mir da sind zwei Reihen voll soll ich da auch noch Karotten daneben machen? nö du nimmst das nächste Feld und da tust du Dinges äh Weizen jetzt bin ich echt am überlegen was für ne Art Haus soll ich bauen? soll ich so ein Höhlenhaus bauen? soll ich ein Berghaus bauen? wie halt in den ersten wie in meinem ersten Let's Play na gut das war ja kein Berghaus das war ja eher so ein Haus vor dem Berg ähm oder soll ich das NPC ausbalten? oder soll ich gar keine ausmachen und einen auf Panda-Mod ausmachen? schlafen in Ölen ja man bauen wir uns Zelte auf sch die ist ja leider hier nicht gut hm wie machen wir dann auch vieles mehr in der nächsten Folge von Minecraft Draft wow lexpikes was geht ab Alter boah mich fack das Attackzone-Paket gerade mega ab ne mach's aus aber geht's auch oh good old times warte mal ich versuche jetzt mal Shedders Standard Shedder Standard Shedder Käse ha 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 so jetzt hab ich ein Standard Shedder Mob direkt das geht doch jetzt ja guck doch ja guck doch das ist halt nur der Schatten weißt du das Wasser ist glaube ich normal warte mal ich weiß halt nicht ich darf nicht auswendig ja äh ich bin betrocken blub 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 während ich noch meine Pilze brauche was soll das sein der Schmähler drüben guck mal wie gesagt ich war ja noch dabei nackenklatscher 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 nein das schreit aber ein ja nein nein schreit jemand und ja nein pvp ist auch mein Freund ich hab ich tot ich hab ich ich hab ich tot du hast gar nicht verloren ein Leben vorliegen drei Leben verloren ein Leben weiter das war ich halb tot das man sich angehört du musst du wenn man ein Leben verliebt Kostikton Schlacht mit dem das ist der Ort macht ganz in der Ruhe wir müssen auch schon Dings wir können nicht noch das ist ein Stück zur Hand 3 von für die Städte Prozent das Tod passen Herz verloren jetzt hier Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl Ende wie sie wieder aufgetragen Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl 20 Euro Euro ersassen die senioren, Tod zwei Erzen das ist Halb-Tod über fünf bis hin und er soll nur geprüft die drei Euro die wo bin ich? ich tränke nichts mit jungen, das überlebe ich nicht wenn ich dich töte, überlebst du es nicht? schade oh, ich habe wohl noch gehofft du hast eine Hoffnungslosage du hast einfach nur ein hoffnungsloser Fall wenn du fällst, bist du einfach nur hoffnungslos warum so ein Karotten? ich habe doch gesagt nein, das bringt nichts das scheißzeug an Pflanzen wir haben keine Schweine na gut, man könnte dich nehmen ja, aber dann fehlt die du bist so ein Spacken wenn ihr mal sehen wollt jetzt, ne, ich mache mal die Kamera auf auf der depto dann seht ihr, was da vorne abgeht der Pro beim Essen ansammeln Essen an Farmen iiii, der Windows 8 iiii, guck mal Windows 8 ba, Windows 8 Pro-Dark Placement Wasser mit aus dem Bild raus tun hab ich ja schon gemacht was? jetzt hast du Horch schon wieder was kaputt gemacht Alter, machst du da, kannst dich nicht entscheiden, jetzt was du anpflanzt ich wusste nicht, was da war ich wusste nicht, was da war war und da war